Bisschen nötig um. Fahrstuhl. Bing. Mika, du kennst doch auch das Playmobil-Land oder sowas kennen. Der TÜV hat das ja wohl nicht abgenommen hier, oder? Entschuldigen Sie bitte, TÜV-Reinland. Geschlossen. Ich stand todesmutig vor dir und hab dich beschützt. Die Besten haben. Hui, hui. Siehste, geht auch mit Hui. König und Königin, hier die beiden, oder wie? Ich mag solche Sachen, Monsterfilme und sowas schon immer, mit irgendwelchen Fantasy-Sachen immer. Ja. Mika ist gerade die liebe, nette Freundin, die sich dein Zimmer anschaut. Hui. 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 Bisschen Nötigung. Meines Erachtens. Nichts. Nichts ist aber auch nichts. Oh Gott, wo ist ein Engel? Guten Tag. Mika mein Name. Brauchen Sie einen Staubsauger? Also, ganz klasse. Hammer. So, dann bis dann. Tschüss. Bye. Vielen Dank.